Facebook-Freunde, ich wünsche euch allen da draußen einen fröhlichen Valentinstag. Valentin war ja ein römischer Christ, der um der Liebe willen den Märtyrer-Tod starb. Er wurde also umgebracht, weil er sich für seine Liebe einsetzte, weil er um der Wahrheit willen nicht klein beigeben wollte. Und ich finde, das ist eine gute Idee. Okay, das könnte uns allen ein Vorbild sein, in unserer heutigen Zeit für die Liebe unseres Lebens etwas einzusetzen. Und dass euch das gelingt, das wünsche ich euch von ganzem Herzen und natürlich auch viel Spaß dabei, euer Micky.